Eigentlich hatte ich nichts gegen Indianer. Bis zu dem Tag, an dem mein Vater entlassen wurde. Damals ahnte ich noch nicht, was mir bevorstand. Heute frage ich mich, wie viel wir von unserem Leben beeinflussen können und was vorherbestimmt ist. Eines weiß ich jedoch sicher. Es geschehen immer wieder Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als einen Weg zu finden, um damit fertig zu werden. Jahrelang hatte mein Vater in einer großen Pappfabrik gearbeitet und dort gut verdient. Aber dann wehrte sich auf einmal irgendein kleines Indianervolk gegen die Abholzung der Wälder. Und plötzlich waren die Zeitungen voll von Boykottaufrufen gegen den kanadischen Papierkonzern Paper Mill, der das Holz aus ihren Wäldern holte und an Dads Pappfabrik lieferte. Es passierte, womit zunächst keiner gerechnet hatte. Der Boykott funktionierte. Die Firma musste schließen. Mit einem Schlag waren in Thunder Bay hundert Männer und Frauen auf Arbeitssuche und nur einige wenige von ihnen hatten Glück und bekamen einen Job. Mein Dad hatte kein Glück. Am Anfang war es noch nicht so schlimm gewesen. Dad kümmerte sich um den Haushalt und meine Mom hatte einen Job in einem Fastfood-Restaurant bekommen. Aber sie hasste es, den ganzen Tag in der nach ranzigem, fettstinkenden Küche zu stehen. Wenn sie am Abend geschafft nach Hause kam, war ihre Laune dementsprechend mies. Nach einiger Zeit hatte mein Vater Marms Nörgeleien satt. Er verschwand abends immer öfter in der Kneipe. Wenn er dann spät nach Hause kam, hatte er eine Alkoholfahne und meine Mutter fing jedes Mal Streit an. Auch an diesem Abend rang das Geschrei aus dem Wohnzimmer durch den Flur bis in mein Zimmer. »Wovon soll ich die Familie ernähren, wenn du alles verseufst?«, wette ich meine Mutter schreien. »Hör endlich auf mit deinen verdammten Vorwürfen, Maggie«, brüllte mein Vater. Ich lauschte angstvoll auf ihre Stimmen und fragte mich, wann es bei uns zu Hause so laut geworden war. Nicky, meine fünf Jahre jüngere Schwester, kam zu mir und sah mich mit müden Augen an. »Kann ich mit in dein Bett kommen? Ich hab Angst, wenn sie so laut sind.« Ich hob die Bettdecke hoch, rutschte ein Stück zur Seite und ließ Nicky darunter schlüpfen. »Ich erkenne dich nicht wieder, George«, die Stimme meiner Mutter schrillte durch unsere winzige Sozialwohnung, in die wir vor zwei Monaten gezogen waren. »Ich dich auch nicht, Maggie«, erwiderte Dad. Plötzlich schlug die Wohnungstür zu. Kurze Zeit später hörte ich meine Mutter weinen. Ich zog die Bettdecke über den Kopf und schaltete um, auf Träumen. Darin war ich Meisterin, und das nicht nur in der Nacht. Wenn es mir schlecht ging, waren es meine Träume, die mir halfen. Ich war die Heldin schillernder Abenteuer. Natürlich hatte ich auch einen Helden. Er hieß Tim. Tim gab es wirklich. Wechseln. Schönen Siet Gill